Ich hab einen Freund, der ist Koch. Eine Geschichte von Ralf Putschko Na, da kommt ja meine Küchenhilfe, ruft mir Steffen zu. Steffen ist Koch und ihm gehört das Restaurant in unserer Straße. Er hat mich eingeladen, ihm heute bei der Arbeit zuzuschauen. Zuerst fahren wir zum Großmarkt. Ist hier viel los? Auf dem Großmarkt kaufen Händler und Restaurantbesitzer ihre Lebensmittel ein. Die kommen direkt von den Bauern und sind ganz frisch, meint Steffen. Wir besorgen alles, was wir heute im Restaurant zum Kochen brauchen. Zurück in Steffens Küche packen wir alle Einkäufe aus. Tim hilft uns dabei. Er ist der zweite Koch. Als erstes kochen wir eine feine Gemüsesuppe mit Buchstabennudeln, sagt Steffen. Das wird das Mittagessen für einen Kindergarten in der Nachbarschaft. Zum Kochen ziehen sich Steffen und Tim Kochjacken und saubere Hosen an. Ich bekomme eine Schürze. Dann waschen wir uns gründlich die Hände und setzen uns Kochmützen auf. In einer Küche muss immer alles sauber sein, erklärt mir Steffen. Jetzt können wir loslegen. Mittagszeit! Steffen und ich bringen die fertige Suppe und einen frischen Obstsalat zum Kindergarten. In der Transportkiste bleibt das Essen lange warm. Hallo, Koch! rufen die Kinder. Sie freuen sich jeden Tag auf das leckere Essen. Während die Erzieherinnen Teller und Becher verteilen, waschen sich die Kinder die Hände. Erst wenn alle wieder am Tisch sitzen, wird gegessen. Und das geht ohne Schmatzen oder Rülpsen, erklären die Kinder. Als wir wieder ins Restaurant kommen, deckt Kellnerin Daniela gerade die Tische ein. So nennt man es, wenn Geschirr, Besteck und alles andere hübsch dekoriert wird, sagt sie. Reservierte Tische bekommen außerdem noch ein Kärtchen, fügt Steffen hinzu. So, jetzt aber schnell in die Küche. Danielas Kollegin bringt einen Zettel mit der ersten Bestellung. Jetzt müssen wir in der Küche Hand in Hand arbeiten, erklärt mir Steffen. Damit alle Speisen für einen Tisch gleichzeitig fertig sind. Die Köche legen los. Steffen brät Fleisch und kocht Nudeln. Tim macht die Gemüsebeilagen und den Salat. Zum Schluss kommt alles auf einen Teller. Fertig! Die Gäste sitzen an dem schön gedeckten Tisch. Daniela serviert gerade die Getränke. Ein Gast bestellt ein Bier. Das wird frisch gezapft. Das Bier kommt aus einem großen Fass unter dem Tresen, erzählt Steffen, während wir durch das Küchenfenster zuschauen. Schon bringt Danielas Kollegin die ersten Teller zum Tisch. Sie trägt drei Stück auf einmal. Hier in der Spülküche, sagt mir Steffen, machen wir das benutzte Geschirr wieder sauber. Das ist die Spülmaschine, erklärt er weiter. Sie reinigt das Geschirr in nur wenigen Minuten. Vorher wird alles aber noch von Hand mit einer Brause abgespült. Dafür gibt es in Steffens Restaurant einen extra Abwäscher. Der tut mir richtig leid, bei so vielen Tellern und Töpfen. Jetzt muss ich aber nach Hause. Steffen schenkt mir noch das Rezept für meine Lieblingsnudeln und ein Körbchen mit den Zutaten dafür. Das kannst du heute Abend mit deinen Eltern kochen, sagt er. Schön, dass du da warst. Ja, das finde ich auch. Außer einer Kochmütze brauche ich noch viele andere Dinge für meine Arbeit. Findest du sie alle im Buch? frische Kräuter, Spülbürste, Kochmesser, Kochtopf, Schöpfkelle, Zuckerstreuer, Gemüse, Speisekarte, Küchenmaschine, Spitzsieb. Zu Hause fange ich gleich mit Mama an zu kochen. Hm, das riecht hier aber gut, ruft Papa, als er nach Hause kommt. Er darf sogar mal probieren. Vielleicht werde ich später auch Köchin. Meine Nudeln schmecken auf jeden Fall jetzt schon so lecker wie die von Steffen, sagt Papa. Ja, das riecht hier aber gut, ruft Papa, als er nach Hause kommt.